Die Mischung alpiner Frische mit mediterraner Wärme macht Meran und Umgebung zu einem einzigartigen Weinanbaugebiet. Außergewöhnliche Weinberge, extravagante Weine. Weine mit Finesse. Kellerei Meran. Von Meran bis Finchgau unter einem Dach. Active O2. Das ideale Erfrischungsgetränk für Sport und Freizeit. Die für das Abschlussturnier angekündigten Wetterprognosen ließen ordentlich Regen und Gewitter erwarten. Dennoch konnte ein Großteil des Feldes, besonders jene mit frühen Startzeiten, den Platz trocken und bei angenehmen Temperaturen bewältigen. Der Regen kam dann auch prompt in den Nachmittagsstunden. Eine deutliche Abkühlung wurde spürbar, Gewitter blieben aber zum Glück aus. Das Teilnehmerfeld war besetzt mit einer Vielzahl von starken Singlespielern. Sie alle kämpften um die Qualifikation für das nationale Finale im Golfclub Art Saga im Oktober. Die Netto-Sieger der ersten beiden Kategorien sowie die Siegerin der Lady Netto-Wertung erhalten diese begehrte Einladung. Die Netto-Sieger des nationalen Finales dürfen sich auf ein Ticket für das Weltfinale des BMW Golfclub International im Sentosa Golfclub in Singapur freuen. Nach dem Turnier lud Otto Ikoro ins Club-Restaurant zur Siegerehrung mit anschließendem Grillabend. Der Sieger der ersten Kategorie Netto und somit qualifiziert für das nationale Finale stammt vom Golfclub Dolomiti. Mit 38 Nettopunkten sicherte sich Alois Zelger die Finalteilnahme in Art Saga. Obwohl einige der früh gestarteten Spieler bereits die Heimreise angetreten hatten, hatte sich der Großteil des Teilnehmerfeldes im Clubhaus versammelt und hohrten den Dankesworten von des Sponsors Paolo Petricione sowie des Präsidenten Moreno Tresorio. Trotz einiger Regentropfen hat das Wetter heute insgesamt ein super Turnier ermöglicht. Der Platz war natürlich sehr nass, daher waren die Verhältnisse etwas schwierig. Deswegen sind auch die Ergebnisse anders ausgefallen, als wir es uns eigentlich gedacht hatten. Trotzdem war es ein großartiges Turnier. Der BMW International Golf Cup wird in drei Kategorien gewertet. Die jeweils Erstplatzierten der ersten und zweiten Kategorie sowie die Siegerin der Lady-Kategorie qualifizieren sich für das nationale Finale in Art Saga. Es ist dies sicherlich das einzige Turnier auf internationaler Ebene, wo ein Ladies-Team fix mit dabei sein wird. Sei es beim nationalen Finale wie auch beim Weltfinale in Singapur. Während der vier besonderen BMW-Tage hier in Sarnonico im Golf Club Dolomiti haben wir ca. 300 Gäste begrüßt. Davon haben ca. 160 am Turnier mitgespielt. Wir haben uns alle fantastisch unterhalten. Ich würde fast sagen, es war ein perfektes Event. BMW Golf & Drive im Golf Club Dolomiti ist für uns eine große Heere, dieses Turnier hier zu haben, seit vielen Jahren. Besonders dieses Jahr, wo BMW für drei, vier Tage so viele Leute in Sarnonico gebracht hat, mit diesem Golf & Drive. Wo kann man Golf spielen, Golf lernen mit Profi der ersten Klasse italienischer Golfschule. Und mit ungefähr 18 Autos zu lenken. Das war ein ganz, ganz interessantes Event. In Südtirol ist die Golf-Saison in vollem Gang. Auch dieses Wochenende wurden wieder zahlreiche Turniere gespielt. Hier die wichtigsten Ergebnisse. Trofeo Auto Icaro, BMW Golf Cup International, Golf Club Dolomiti, 17. Juli 2011. Gesamtsieger, Trisorio Moreno, Golf Club Dolomiti, 33 Bruttopunkte. Hotel Gardena, Alpina Dolomites 2011, Golf Club Castellroth, 17. Juli 2011. Gesamtsieger, Aufderklam Kevin, Golf Club Lana, 34 Bruttopunkte. Falkensteiner Cup, Golf Club Pustertal, 17. Juli 2011. Gesamtsieger, Pramstaller Thomas, Golf Club Pustertal. Einen besonderen Erfolg durfte vergangene Woche das Triveneto-Team vom Golf Club Dolomiti feiern. Ihnen ist es gelungen, den Titel Netto-Gesamtsieger der Triveneto-Mannschaftsmeisterschaften 2011 nach zwölf Jahren wieder nach San Oniko zu holen. Wir haben mit den glücklichen Siegern gesprochen. Nach zwölf Jahren ist es natürlich super, den Cup wieder zurück in den Heimatklub zu bringen. Vor zwölf Jahren war ich 16 Jahre alt. Derjenige, der mich im ersten Doppel gerettet hat, der Jan-Marc, ist dieses Jahr 16 Jahre alt. Es ist toll, dass wir gleich alt sind, wenn wir das erste Mal den Cup gewonnen haben. Dolomiti hat, glaube ich, schon immer gezeigt, dass in einem Teamwettbewerb, dass wir gut dastehen können, auch wenn wir vielleicht handicapmäßig nicht so nieder sind wie die anderen Clubs, die da mitteilnehmen. Und dann haben wir zwei alte Hasen im Boot mit dem Manni und dem Moreno, die so viel Erfahrung haben und von denen können wir, Junge, noch profitieren. Also es war wirklich eine tolle Erfahrung. Ja, also am ersten Tag an ihm, also an ihm im Doppel gespielt mit dem Jan-Marc, da haben wir zwei übergespielt, wo ich auch sagen muss, dass er eine super Leistung gebracht hat, für das, dass es das erste Vorsum war, das er gespielt hat. Und dann am zweiten Tag hat der Jan-Marc zwei übergespielt und der Moreno Trisario auch zwei über und die haben vier übergespielt. Und das hat dann praktisch zum Netto-Sieg gereicht und zum dritten Platz in der Brutto-Wertung. Golf gewinnt in Südtirol immer mehr Beliebtheit. Besonders auch dank vieler junger Talente aus Südtirol, welche bei regionalen und nationalen Turnieren Erfolge feiern. Südtirol Golf auf SDF widmet sich von nun an 14-tägig diesen jungen Talenten. In der vergangenen Woche haben wir einen von ihnen im Golfclub Dolomiti beim Training besucht. Jan-Marc zu Blasing aus Eppan, mit Handicap 4,3 auf dem besten Weg, Profi zu werden. Mit sechs Jahren war ich auf der Drei-Wing-Range, wenn mein Vater zusammen war. Da habe ich auch mal ein paar Bälle ausgeschlagen, weil es mich fasziniert hat, wie der Ball geflogen ist und wie man ihn getroffen hat. Jetzt habe ich so wie ihn probiert. Dann hat mein Vater gesehen, dass ich ein bisschen etwas kann und mir das passt. Dann ist er gleich zum Brotshop gegangen. Dann hat er mir so kleine Golfschläger gekauft. Zwei zusammen tun eigentlich konstant Bälle schlagen. Wenn ich jetzt zurzeit trainiere, muss ich fast jeden Tag schauen, zu trainieren. Entweder Fitness oder auf die Drei-Wing-Range gehen oder auch 9-Loch oder 18-Loch spielen gehen. Jetzt mal zurzeit der größte Erfolg war sicher das Trivenator, das wir zusammen gewonnen haben, als Dolomiti. Jetzt habe ich auch eine gute Zwei-Über-Runde gemacht, was sicher eine große Partei gemacht hat, für das wir gewonnen haben. Und vor zwei Jahren habe ich die Teilenmeisterschaft gespielt, von der Junior. Zusammen bin ich 29. geworden, von 90. Dann ist es in die Katzschaft und danach eigentlich noch weitergekommen. Das war eigentlich bis jetzt der größte Erfolg. Und zum Beispiel jetzt, vor drei, vier Wochen hat Warnicadetti, also unter 16 die Teilenmeisterschaft. Zusammen ist mir der erste Tag, habe ich mir ein bisschen verhauen. Aber am Ende bin ich halt 55. geworden. Jetzt muss ich schauen, dass ich weiterkomme und viele Jungturniere schaffe, zu machen noch und gute Resultate heimzubringen. Und ja, nachher schauen wir mal. Ich hoffe, dass es zum Profi reicht, wie bei Nau und Semmer, der jetzt die Alpstour spielt. In Zusammenarbeit mit den Golf Professionals auf Südtirols Anlagen, möchten wir Ihnen auch heute wieder die Grundlagen dieses fantastischen Sports näher bringen. Heute zeigen wir Ihnen den Schlag aus dem Sandhindernis, den Bunker Shot. Die Tipps dazu kommen dieses Mal vom PGA Head Professional, vom Golfclub Lana, Chris Moseley. Hi, ich bin Chris Moseley, vollqualifiziertes Mitglied der British PGA und Golf Professional in Lana. Heute möchte ich Ihnen den Bunkerschlag zeigen. Die richtige Position und die richtige Technik ist dabei ausschlaggebend. Beginnen wir mit dem richtigen Stand. Ein guter Stand ist keine Garantie für einen guten Schlag, aber ein schlechter Stand ist eine Garantie für einen schlechten Schlag. Das ist meine Position im Bunker. Mein Stand ist geöffnet, das heißt meine Füße, Beine, Hüften und meine Schulter sind links von der Fahne ausgerichtet. Der Ball liegt dabei etwas vorne im Stand, auf der Höhe meiner linken Ferse. Das Körpergewicht ist zu 50-50 auf beide Beine verteilt. Ich halte den Schläger mit normalem Grip. Die Schlagfläche ist dabei etwas mehr geöffnet, die Hände sind hinter dem Ball. So sieht die richtige Ansprechposition im Bunker aus. Das Ziel ist ein langer, aber langsamer Schwung. Das Gefühl dabei soll sein, dass der Schlägerkopf im Treffmoment meine Hände überholt. Die Schlagfläche trifft ca. 2 cm vor dem Ball bereits den Sand. Dadurch erhalte ich einen hohen Ballflug und eine weiche Landung. So wie hier. Mit den Bildern der Driving Range des Golfklubs Dolomiti endet unsere heutige Sendung Südtirol Golf auf SDF. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Wir sehen uns wieder in einer Woche beim Senfter Cup 2011 vom Golfklub Carrersee. Schauen Sie rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017